So liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed. Wir haben noch weitere Fähigkeiten, die wir machen können. Wir haben jetzt drei Fähigkeitspunkte. Wir haben jetzt drei Fähigkeitspunkte. Ne, das brauchen wir nicht. Hier wäre eine Möglichkeit mit zwei Fähigkeitspunkten. Okay. Seher hätten wir hier die Gipfelle. Kann ich noch nicht lernen, weil ich die Dinger noch nicht habe, weil hier wieder das. Kampfrausch. Habe ich die Schlafhalle eigentlich schon? Frage. Ich überlege gerade, ob ich das nicht machen soll. Ne, das machen wir hier. Weil ich die Dinger ja gerne einsetze. Ähm, diese, diese, das sind diese, was ich meine mit diesem R1, L1, äh. Dann machen wir uns heute mal auf die lange Reise in Richtung. Ich brauche vor allem ein Schiff, aber da liegt ja eins, das ist der Vorteil. Sorry, ich muss dich mal hier lassen. Ich habe das einen Feind. Was? Komm her, hier. Der will er helfen. Ich habe die Fahrt. Ich möchte keine Leichen in meinem Schiff haben und ich glaube, das sollte reichen. Und die, da kam hier runter. Na ja, wird wahrscheinlich runterfallen. So, warte mal. Wie müssen wir jetzt, wenn wir, kommen wir da komplett über den Wasserweg hin? Also das ist noch nicht ein Stück, das ist klar. Aber ich glaube, wir könnten, wenn alles gut läuft, könnten wir eigentlich tatsächlich über das Wasser. Wir müssen erst mal hier durch. Wir decken jetzt ja so ein bisschen nebenbei von der Karte noch auf. Also wir machen es jetzt auf dem langen Weg nach Heraklion. Also ich glaube nicht, dass wir die Quest heute noch in der Dings machen, in der Folge machen. Ich weiß es noch nicht. Das hört sich schon mal wieder nach Krokodil an. Aber das ist gerade... Da war's. Ihr seid mal ja nicht. Wir kommen immer auf... Verpisst euch mal. Lass mich doch mal in Ruhe. Ihr werdet eh nicht mehr... Wollt ihr flaxen jetzt? Wollt ihr mich jetzt flaxen? Ihr habt mir jetzt gerade nicht umsonst... Ihr habt mir jetzt mal ein Schiff getötet. Sag mal. Komm her jetzt hier, du feigele. Ich muss weiter. Und der wird 13. Sag mal, ich war gut jetzt. Fresse jetzt. Na gut, nehme ich halt. Erstens hat jemand mein Schiff gerade gekillt. Dann nehmen wir das hier, was hier rumkreucht und fleucht. Oder ist das, was wir hatten gerade. Das hat sich wieder neu hergestellt. So. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Wir haben jetzt ein bisschen mehr von der Karte aufgedeckt. Das ist schön. Jetzt haben wir nämlich den zweiten Teil hier weg. Aufgedeckt. Hier unten ist ja wie gesagt noch ein Philakis, aber den werden wir jetzt definitiv noch nicht killen. Ich vermute, dass wir den erst dann killen können, wenn wir höchstlevel sind. Und wenn wir dann 40 sind, werde ich wahrscheinlich mal den Rest noch holen. Ich weiß es aber noch nicht. Wie gesagt, ich werde erst mal in erster Linie ein bisschen Story spielen. Ich bin halt Story Gamer. Das habe ich bei Black Flag auch schon gemacht. Das habe ich bei Syndicate schon gemacht. Das mache ich hier genauso. Warte mal. Das ist wieder irgendwas feindlich ist. Aber da komme ich nicht durch, ne? Ja, wir fahren außen rum. Ich vermute, dass es das Schiff ist, was hier in dem Mann ist. Aber das ist mir egal. Wir fahren hier rum. So lange ist der Weg gar nicht. Ey, Alter, verpisst euch jetzt. Lass mich doch einfach mal gerade nur ein bisschen in Ruhe. Ich glaube, die Jungs da. Was? Die kommen wir doch? Wir können mich treffen. Na, jetzt wieder Alva, sondern wir sind die Muckeln. Alter, hau ab jetzt von mir. Alter! Alter! Wie gesagt, es müssten jetzt eigentlich nur noch Viere sein. Ich glaube, wir haben schon sechs getötet. Wir haben schon sechs erledigt. So, da sind wir. Aua. Ich würde mal Spazan sagen, wir sind aufgesetzt. Und damit herzlich willkommen in Heraklion. Ich hole mir kurz den Reisepunkt. Oder habe ich den jetzt freigeschaltet, dadurch dass ich das angekommen bin? Ich bin auch den freigeschaltet. Okay. Aber den möchte ich trotzdem hier oben noch haben. Wenn der nicht jetzt gerade mitten in der... irgendwo in der Dings liegt. In der Festung oder so. Oh. Eiger. Kommt man da hoch? Frage zwischen? Tempel des Kords. Das klingt wie doch schon wieder irgendwie nach... Das klingt schon wieder so übelst nach Festung. Einmal. Aber momentan... Momentan... Scheint das gerade für uns... Ach, der hoch auf den Turm müssen wir... Okay. Jetzt müssen wir nochmal hier rüberhüpfen. Oder schwimmen. Drücke, Kreis, um zu tauchen. Das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Das ist hier mein... Ach, Alter. Jetzt haben wir es. Nein, meine Güte. Ich will da hoch eigentlich nur. Ich will einfach nur da hoch. Ich kann auch... Schwimmen. Und dann synchronisieren wir das mal, das ganze Ding. Natürlich haben wir bei weitem nicht alle Synchro-Punkte, das ist klar. Ich glaube, bei Blackjack habe ich glaube ich alle geholt. Aber wir haben eine Stellreise freigeschaltet. Da hast du die mal. Und kriegt dafür immerhin noch 300 Erfahrungspunkte. Tisch mit informationen. Okay. Warte mal. Wir können ja... Tauchen. Wir können... Ne, länger tauchen können wir noch nicht. Das habe ich dann... Habe ich falsch war. Aber ich brauche halt so Dinge wie diese Ketten... Diese Kettenangestell war gut. Ich dachte, okay. So, ich will mal kurz den Tisch gucken. Weil da so angeblich Informationen liegen. Und den möchte ich gerne mal... Ich bin ja von Natur aus ein neugieriger Mensch. Ergo, gucke ich mir das Ganze mal an. Und dann werden wir zwar tatsächlich zu Cleopatra erst in der nächsten Folge reisen. Vermute ich zumindest mal. Das Ziel ist es, das Game ja ziemlich zeitnah durchzubekommen, damit wir mit Valhalla beginnen können. Aufklärungsarbeit. Alle akzeptieren. Level 31er Quest. Frage, ist das eine Nebenaufgabe oder ist das eine Nebenquest? Für den das Militärlager. Das ist definitiv einer der letzten Hauptquests. Dann komm ich danach noch drei oder vier. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bei Let's Play. Warte, 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 die Frage ist, wie lange gibt es denn das? Findet das Militärlager? Die Frage ist, wissen wir das? Das ist hier oben irgendwo. Das ist schon wieder so eine weite Reise. Nee, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann reisen wir hier rüber. Machen wir das Ding, machen das Militärlager und dann machen wir die Quest mit Cleopatra. Bis dann. Tschüss.